der haus die Hörner 1 jetzt ist schon die ganze gang hinterher okay alle scharf schützen per luftattentat töten ja ein schuss und die ist tot sicher sicher glaube ich auch unfassbar dass das das kann gar nicht das kann gar nicht wirklich nicht das ist das ist das ist unmöglich wir können drei schuss ab oder was die verbündet wie spät ist eigentlich ich glaube es ist drei uhr ja drei uhr ach je dann werde ich gleich mal aufhören aufzunehmen das sigma team greift ein assassin versteck okay 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 ist sie ist der der scharf schütze okay okay gucken wo der nächste scharf schütze ist okay jetzt verfolgen die wenigstens alle mich also ja scheiße lass an jetzt mal unfassbar was für eine scheiß neben mission unfassbar dass das ist ja ich ich werde mich hier nicht drüber aufregen ich finde das einfach scheiße dass die nachher ein schuss tot ist wir überlegen überleben 500 schüsse ein schuss tot das das ist ein bisschen unrealistisch wenn wir so richtig viel über überleben aber na ich würde mich dann nicht drüber aufregen wenigstens werde ich versuchen mich nicht darüber aufzuregen Lag okay aber man muss auch so ein bisschen kennen wo die wo die sind alle Also jetzt weiß man so ungefähr, wo alle Scharfschützen sind. Das weiß man so nach einmal, ein, zweimal die Missionen kurz spielen. Okay, auch tot. Oh, und der ist auch tot, dieser Scharfschütze. Okay, der ist gleich auch tot. Oh man, wie kann man in so ein Gangquartier landen? Wirklich. Okay, aber das waren alle Scharfschützen. Okay. Und die glaubst nicht, das ist schon... Ach, nein. Also den Bahnhof erreichen. Also jetzt müssen wir kurz mal gucken, wie wir hier reinkommen. Ja eigentlich, wie kann so eine Frau in so ein Ganghinterhalt kommen? Da komm, mach schnell mit, wenn du willst. Den Bahnhof erreichen wir mal kurz schnell. Ah man, wie kann man so eine... Ich frag das gar nicht. Jetzt sind wir hier im Bahnhof. Und jetzt gibt's wahrscheinlich den ganzen Hinterhalt. Alle Bleiters eliminieren. Okay, feindliche Verstärkung ist auf dem Weg. Okay, jetzt sind schon 15 Bleiters. Das sind schon etwas mehr. Oh, wieso haben wir dieses Kukri eigentlich nicht ausgestattet? Das wäre eine solche Mission wie das hier wirklich recht nützlich, weil hier muss man die eigentlich töten. Hier braucht man die nicht zu... Oh, und der ist auch tot. Weil hier braucht man die nicht zu betäuben, sondern hier muss man die wirklich töten. Also hierfür hätte man besser das Kukri benutzen können. Aber, na gut. Okay, und den hier haben wir. Fast. Und der ist down. Ja, da bin ich. Gut gesehen. Du brauchst keine Brille, oder was? Das war ein Joke, weil der mich gesehen hat. Nichts gegen Brillenträger und so. Okay, und das hier ist zum Grobian. Okay, komm. 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 Wenn ihr nicht kommen will, wollt, dann... müssen wir es so machen. Okay. Und nun? Was wird aus dem Töten der Agnes verfolgt? Ja, ich würde den Töten oder so. Aber wieso verfolgen die Agnes? Die hat doch gar nichts... Wichtige, keine wichtige Information oder so, oder? Doch. Das wäre eine gute Frage. Wer bist du? Warum folgst du uns? ich will in ihre Gang ach vom Himmels Willen, jetzt weiß er wer wir sind na gut kleiner du kannst mir helfen den Zug sauber zu machen wenn du keine Angst vor Dreck hast fantastisch, sie werden es nicht bereuen ist das nicht ein bisschen Naivität, wenn man das glaubt ich würde ihm nicht glauben, dass er in die Gang will weil naja oder der möchte wirklich in der Gang, aber die anderen haben gemerkt, dass er vielleicht Verbündnisse mit der Gang hat und ja Nigel steckt wieder in der Scheiße Nigel hatte es nicht anders verdient befreien sie Nigel indem sie die belastende aber wir werden ich würde sagen wir werden nicht wieder so eine Mission machen, jetzt kurz danach, weil wir haben gerade erst so eine Mission gemacht ja meisterhaftes Kukri Rubin, Kukri, ja ist cool ah ist gesperrt so ja dann können wir das erstmal nicht nehmen weniger cool aber wir haben 2 Fähigkeitspunkte, wir müssen noch 4 verschwenden um um das nächste Level zu holen ich habe erstmal 2 verbraucht und jetzt brauchen wir noch 2 Torn XP um EP um jetzt die Fähigkeit Schleichen 3 zu holen und dann können wir Chameleon das ist eine coole Fähigkeit aber vor allem auf diese Fähigkeit bin ich heiß dass man die im R-Schlag töten kann ähm ja das ist schon nice dann gibt es hier Gangherstellung und so mal gucken es gibt schon einige Upgrades so zu sehen äh Ale Überfall Bierkutschen fahren durch die Stadt überfallen oder eskortiere sie um Geld zu erhalten ja es ist auch nice ist nice ist nice aber den kauft man eigentlich ähm Mission ähm mal gucken äh 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 ach so okay also also man kann eigentlich so die Seiten von den Bleiders verschlechtern äh okay ähm ich hab mir das mal ein bisschen angeschaut können wir mal äh in einer Folge mal so ein bisschen gucken was wir alles ähm machen können aber jetzt werden wir erstmal oder Upgrade können wir mal anschauen Upgrade mittlerer Bolzenbeutel und Halli zu nun geht alle halusinogene Bolzen 1 ja alles nice eigentlich ich Enzyklopädie mal gucken Menschen Gegner haben wir halt Milner und äh wer war Milner wer ist Milner auf jeden Fall auf jeden Fall Ellison ist tot Richard Owen ist ähm ja ein gehasster Mann von äh äh von äh von äh Charles Darwin also Charles Darwin hasst ihn dann gibt's hier in Southwark auch noch was zu tun ähm nein also nur London Bridge Station da waren wir grad und äh sonst gibt's gar nix ähm ja mal gucken was wir jetzt machen können ähm ja also Quent 5 haben wir jetzt hier geöffnet geöffnet falls ihr wisst wie ich meine ähm aber ich würde eher dafür oh 30% haben wir schon abgeschlossen also ich wechsle jetzt kurz nach ähm Jacob äh Charaktere können nicht gewechselt werden das ist weil wir im Zug sind okay jetzt geht's oh scheiße gemacht dass das so okay jetzt sind wir auch im Zug also wo wird dieser Zug hingehen äh wir waren grad hier London Bridge Station genau und ähm eigentlich wollen wir Lambeth erobern ist vielleicht gut weil wir brauchen auch drei eroberte Gebiete um Sequenz 8 zu starten hab ich gesehen weil eigentlich wollte ich die jetzt starten weil man kann wählen welche Sequenz man startet und so aber dafür braucht man scheinbar ein paar Sequenzen die wir nicht haben äh oder wir können jetzt erstmal ein paar Rennen oder so machen ähm ja nein ich werde keine Story Mission machen weil äh das hier wird ähm jetzt erstmal mein letzter Part den ich zu diesem Spiel aufnehmen werde heute oder momentan weil also aber